Hallo und herzlich Willkommen. Mein Name ist Nico Rittenau und wir befinden uns in einem weiteren Video aus der Themenreihe vegane Ernährung und Vitamin B12. Im heutigen Video gehen wir der Frage nach, ob es korrekt ist, dass einzig und allein tierische Lebensmittel Vitamin B12 enthalten oder ob es möglich ist, durch die richtigen Anbaubedingungen auch pflanzliche Lebensmittel zu produzieren, die relevante Mengen an Vitamin B12 enthalten. In einer wissenschaftlichen Veröffentlichung aus dem Jahr 1988 hieß es, es gibt kein verwertbares Vitamin B12 in irgendeinem Lebensmittel, das aus dem Boden wächst. Dem gegenüber stehen populärwissenschaftliche Veröffentlichungen, wie beispielsweise das Buch der 80-10-10-Diet von Dr. Doug Graham, der in seinem Buch schreibt, dass Pflanzen über ihre Wurzeln Nährstoffe aufnehmen, zu denen auch das Vitamin B12 gehört. Nun haben wir also zwei sich widersprechende Aussagen und das gilt zu klären, welche von beiden korrekt ist. Es ist grundsätzlich schon richtig, dass Pflanzen über ihre Wurzeln Nährstoffe aufnehmen, die Frage ist aber, zählt da auch das Vitamin B12 dazu und selbst wenn es dazu zählt, können denn Pflanzen relevante Mengen an Vitamin B12 akkumulieren? Denn im Gegensatz zum menschlichen Organismus benötigen Pflanzen kein Vitamin B12 für ihren Stoffwechsel und somit ist es nachvollziehbar, dass es für sie keine Priorität hat, Vitamin B12 aus dem Boden aufzunehmen. Ob sie es nun benötigen oder nicht, die Frage lautet ja, könnten sie es, wenn man ihnen in der Theorie genügend Vitamin B12 zur Verfügung stellt? Genau dieser Frage ging eine Untersuchung nach mit Rettichsprossen, die untersucht hat, was passiert, wenn man größere Mengen an B12 in das Einweichwasser für die Rettichsprossen gibt? Schaffen es die Sprossen genügend B12 zu akkumulieren und wie die Untersuchung zeigte, ist das durchaus der Fall. In Untersuchung konnte durch die Zugabe von Vitamin B12 ein B12-Gehalt in den Rettichsprossen von 1,28 Mikrogramm pro Gramm frischer Sprossen hergestellt werden. Das heißt, schon knapp 4 Gramm würden reichen, um den Tagesbedarf von Vitamin B12 in Höhe von 4 Mikrogramm zu decken. Nur weil in diesem Experiment durch die externe Zugabe von Vitamin B12 in das Einweichwasser große Mengen an B12 in den Rettichsprossen gelandet sind, heißt es aber natürlich noch nicht, dass auch in der freien Natur das Vitamin B12 aus dem Boden auch in relevanter Menge in das pflanzliche Lebensmittel übergehen kann. Denn die Frage ist, sind denn die Mengen, die in einem Experiment verwendet wurden, ähnliche Mengen, die man auch in der freien Natur findet? Und wie wir gleich sehen werden, ist das nicht der Fall. Denn in dem Experiment wurden ganze 200 Mikrogramm Vitamin B12 pro Milliliter Einweichflüssigkeit verwendet, um auf jene 1,28 Mikrogramm Vitamin B12 pro Gramm frischer Sprossen zu kommen. In dem Experiment wurden auch noch andere Mengen verwendet. Wenn beispielsweise 25 Mikrogramm Vitamin B12 pro Milliliter Einweichflüssigkeit verwendet wurden, dann ergab das nur einen Gehalt von 0,3 Mikrogramm Vitamin B12 pro Gramm frischer Sprosse. Aber selbst das wären noch große Mengen, denn auch so müsste man nur 14 Gramm dieser Sprossen essen, um seinen Tagesbedarf in Höhe von 4 Mikrogramm zu decken. Aber sind selbst diese geringeren Mengen in Höhe von 25 Mikrogramm realistisch in der Natur zu finden oder sind die Werte in den Erdproben, die wir bis dato kennen, noch wesentlich geringer? Tatsächlich ist letzteres der Fall. Wir sehen in Untersuchungen mit unterschiedlichen Erdproben B12 Werte in Höhe von 0,002 bis 0,015 Mikrogramm Vitamin B12 pro Gramm frischer Erde. Das heißt, auf der Suche nach Pflanzen, die auf natürliche Weise Vitamin B12 enthalten, kommen wir hier ebenfalls nicht drum herum auf unnatürliche Weise große Mengen eines B12 Nahrungsergänzungsmittels zuzuführen. Und damit führen wir die eigentliche Idee ad absurdum, nämlich, dass wir eine natürliche B12 Quelle haben, weil wir müssen hier ja erneut Nahrungsergänzungsmittel zuführen und nur weil wir sie nicht direkt nehmen, sondern über den Umweg der Pflanze, macht das das Ganze jetzt auch nicht natürlicher. Denn das ist genau das, was wir ja auch oft in der Mischkost kritisieren, wenn wir sagen, in der industriellen Tierhaltung wird oft den Tieren Vitamin B12 in das Futter gegeben. In Österreich werden beispielsweise pro Jahr bis zu 60 Tonnen Vitamin B12 Nahrungsergänzungsmittel in der industriellen Tierhaltung verwendet, damit ihr Organismus genügend Vitamin B12 erhält und sie dann auch im Fleisch genügend B12 haben. Und dann sagen wir, es wäre ja wesentlich schlauer, einfach den Organismus, das Tier als Mittelmann rauszustreichen und direkt B12 über ein Nahrungsergänzungsmittel einzunehmen. Dasselbe machen wir aber hier, wenn wir eine Pflanze sozusagen als Mittelsmann für das B12 und als Träger für das B12 nehmen und auch hier wäre die Empfehlung, B12 einfach direkt über das Nahrungsergänzungsmittel einzunehmen, denn wir müssen ja relativ hohe Mengen B12 der Pflanze zuführen, damit wir wesentlich geringere Mengen an B12 enthalten und das ist einfach nicht zielführend. Oft wird dann gesagt, dass aber in einem Lebensmittel das Vitamin B12 wesentlich besser absorbierbar wäre als in einem Nahrungsergänzungsmittel und wir müssen sagen, auch das ist nicht korrekt. Wir sehen beispielsweise in der Framingham Offspring Study, dass die besten B12-Werte nicht jene Probanden mit einer Mischkost hatten, sondern jene Probanden, die mit dem B12 über Nahrungsergänzungsmittel oder angereicherte Lebensmittel zugeführt haben und auch eine ganze Reihe an Veröffentlichungen zu einer Supplementierung mit B12 zeigen, dass es günstig, effektiv, gut erforscht und möglich ist, seinen B12-Bedarf über ein Nahrungsergänzungsmittel abzudecken. Auf der Suche nach einer natürlichen B12-Quelle wird dann oft die Idee eingebracht, dass man ja theoretisch mit Kuhmist düngen könnte, denn wir wissen, produzieren ja unterschiedlichste Lebensformen B12 im Verdauungstrakt bzw. der Mikroorganismentunis und die Ausscheidungen von einer ganzen Reihe an Spezies enthalten größere Mengen an bioverfügbaren B12 und daher wäre ja die Idee durchaus nachvollziehbar, dass wenn wir mit Kuhmist oder Mist von anderen Spezies den Boden düngen würden, dass wir dann auch größere Mengen an B12 in das pflanzliche Lebensmittel bekommen würden. Und im Zuge dessen wird eben auch oft behauptet, dass einzig und allein die heutigen toten Böden dafür verantwortlich wären, dass wir in pflanzlichen Lebensmitteln keine großen Mengen B12 mehr finden und wenn wir eben lebendige Nahrung aus lebendigen Böden essen würden, dann hätten wir hier große Mengen B12 auch in pflanzlichen Lebensmitteln. Genau dieser Frage ging auch eine Untersuchung nach, die getestet hat, was passiert, wenn man beispielsweise Spinat oder auch Gerste mit Kuhmist düngt und man hat gesehen, tatsächlich, man konnte eine Verdoppelung im B12-Gehalt des Spinats erreichen und eine Verdreifachung des B12-Gehalts in der Gerste. Doppelt oder dreimal so viel von sehr wenig ist allerdings immer noch sehr wenig und wie die Untersuchung zeigen konnte, hatte der Spinat trotz der Verdoppelung an Vitamin B12 immer noch nur 0,14 Mikrogramm Vitamin B12 pro 100 Gramm Spinat. Das heißt, man müsste knapp 3 Kilogramm mit Kuhmist gedüngten Spinat täglich essen, um seinen Tagesbedarf in Höhe von 4 Mikrogramm zu decken. Wir sehen also anhand der Daten, dass es nicht möglich ist, allein durch das Düngen mit Kuhmist große Mengen an B12 in pflanzliche Lebensmittel zu bringen und dass es zwar möglich, aber nicht sinnvoll und zielführend ist, große Mengen eines Nahrungsergänzungsmittels in das Einweichwasser von beispielsweise Sprossen zu geben, um dann wesentlich geringere Mengen an B12 am Ende in den Sprossen zu haben, weil wir dabei einfach sehr viel B12 verschwenden und wir sollten das einfach direkt einnehmen, denn das ist wie gesagt gut erforscht, es funktioniert, es ist günstig und effektiv, um beispielsweise vegan lebende Menschen mit ausreichenden Mengen an B12 zu versorgen. In weiteren Videos aus der Reihe klären wir noch die Frage, ob es denn möglich ist, durch die bakterielle Fermentation größere Mengen an bioverfügbaren B12 in pflanzliche Lebensmittel zu bekommen und wie es denn mit Algen aussieht, können die vielleicht relevante Mengen an B12 enthalten, die dann zur Bedarfsdeckung reichen würden. Ich hoffe, die Informationen konnten helfen, mehr Sicherheit in dem Thema der pflanzlichen B12-Lieferanten zu bekommen. Wenn man mehr zum Thema Ernährung erfahren möchte, kann man das sehr gerne in meinem Buch Vegan Klischee Idee auf über 450 Seiten tun, gerne auch in meinen vier tägigen Ernährungsseminaren, mehr Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden durch pflanzliche Ernährung in Berlin und wenn man kein neues Video auf YouTube verpassen möchte, dann freue ich mich, wenn man meinen Kanal abonniert und die Benachrichtigungen aktiviert, um zukünftig kein neues Video mehr zu verpassen. Ich danke vielmals fürs Zugucken und freue mich, wenn wir uns im nächsten Video sehen. Bis zum nächsten Mal.